Wien haben wir denn da? Die Waffe sieht braubbar aus. Das hier ist mein Viertel. Und ich will hier keinen Ärger. Aber neue Typen bedeuten immer Ärger. Vor allem, wenn sie hier rumlaufen. Hey du, auf den Reißfeldern brauchen wir noch... ...wenn du meinst. Sieh mal einer an, einer aus dem neuen Lager. Dudy, Finger weg! Junge! Der hat genug! Ha, 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 ha! Habt ihr wohl gedacht, wir würden nicht dahinter kommen? Verglichen mit dem neuen Lager ist das alte Lager ein ruhiger und friedlicher Ort. Scheiße! Kann ich da mal vorbei? Nicht jetzt. Lass dich hier nicht mehr blicken! Ach! Ach! Ach!